Fisch war ein Fotograf, Pressefotograf und tätig bei einer Basler Tageszeitung, die zweimal im Tag herauskam, ein Morgen- und Abendblatt, die Nationalzeitung. Und dort leitete ich die Bildredaktion und ich hatte die wunderbare Aufgabe, aus einer Tageszeitung eine Tagesillustrierte zu machen. Was mir natürlich sehr viel Feindschaft der Phileinser eingebracht hat, den ich ja Platz weggenommen habe für den heiligen Text. Also, damals 1970 gab es eine Rubrik in dieser Tageszeitung, die hieß Zu Gast in Basel. Und als ich erfuhr, dass Jean Dubuffet nach Basel kommt, und zwar am Ende der ersten Art im Juni, um die Doppelausstellung im Kunstmuseum und in der Kunsthalle zu besuchen, habe ich mit einem Journalisten, Werner Jehle, zusammen die Bücher abgepasst in der Kunsthalle. und ihn gebeten zu einem Interview, was er durchaus schön fand. Und ich habe eine Serie Fotografien gemacht, die er selber sehen wollte. und wir hatten an diesem Tag abgemacht. Am 18. Juni um 14 Uhr würde ich ihn aufsuchen im Hotel Drei Könige, hier in Basel. Und an diesem 18. schien dann auch diese Rubrik zu Gast in Basel mit einer Fotografie von mir. Hier haben wir die Publikation vom 18. Juni 1970. Am 18. Juni 1970 war meine hochschwangere Gattin zu Besuch bei ihrem Frauenarzt. Bei meinem Gynäkologen, ja. Beim Gynäkologen. Und jetzt erzählt sie weiter. Ja und dann hat er gesagt, ja das wäre jetzt eigentlich fällig dieses Kind, das holen wir jetzt. Und das machte man damals so. Und ja, dann bin ich in die Klinik gegangen, ich denke um elf ungefähr. Und ja, und dann wusste ich, mein lieber Mann hat um zwei ein Rendezvous mit Jean Dubuffet. Und das war im Ungeheuer wichtig. Und deswegen dachte ich, ich muss unbedingt dieses Baby vorher auf die Welt bringen. Und das hat auch geklappt. Dann haben wir also eine Tochter bekommen. Und er konnte dann um zwei zu Dubuffet gehen. Und die Fortsetzung kannst du ja dann erzählen. Also, ich kam zu Dubuffet, zeigte ihm die Serie meiner Aufnahmen. Hier haben wir einige, die damals Dubuffet angeschaut hat. Und er war begeistert. Und das war der Anfang einer wunderschönen Zusammenarbeit, die bis zu seinem Hinschied in den, also 1985 ist er gestorben, bis dann dauerte. Und das ganzedar das ist jetzt immer einem hierst hingen. Die. Jetzt issued zurück. Und das hab mich wieder wegen ihr Haus zusammengeist und weggeinterpret Radio'Mease gesehen.